Ja, hallo, ich bin jetzt hier noch in der Nähe vom Landeskriminalamt, wie Markus schon geschrieben hat. Ich bin wieder freigelassen worden. Es war einfach nur Personalienaufnahme. Ich soll die Polizisten beleidigt haben. Ich soll, weil ich es gar nicht gesagt habe, ich glaube, diese dummen Leute. Ich habe allerdings gesagt, diese jungen Leute. Ich habe gerade meinen Arzt angerufen, der noch im Bus unterwegs ist. Der Bus, der hat gesagt, sie brauchen dann einen HNO-Arzt. Ich empfehle einen guten HNO-Arzt, der heißt Dr. Bodo Schiffmann. Da sollten Sie vielleicht auch ein bisschen mehr zuhören, was er sagt. Wir werden uns jetzt in alle Himmelsrichtungen hier verstreuen, wie die Polizei das sagt. Die sind auch gerade wieder auf der anderen Seite. Und ja, wir werden jetzt hier, jetzt kriegen wir gerade wieder den nächsten Platzverweis. Also es ist spannend.